Willkommen bei dem Vereinsmaier.online-Podcast. Vereinsmaier hilft dir, mit deinem Verein erfolgreich zu sein. Wir schauen, was erfolgreiche Vereinsarbeit ausmacht, welche Tipps und Tricks Erfolg versprechen und wie du mit deinem Verein Erfolg hast. Und hier kommt dein Gastgeber, Carsten Schaschanski. Moin Moin, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute mit dem Thema Führungsfehler unbedingt vermeiden. Ob im Beruf, als Chef, Abteilungs- oder Teamleiter oder privat im Verein, es gibt schlimme Führungsfehler, die du unbedingt vermeiden solltest, wenn du in einer Gruppe vorstehst. Nur so ist dein Team zufrieden und es entsteht ein Wir-Gefühl. Worauf du achten solltest, erklärt dir diese Podcast-Folge. Egal, ob du Mitarbeiter führst, eine Mannschaft oder einen Verein. Es gibt Fehler, die dir nicht unterlaufen sollten, damit dein Team erfolgreich ist. Nur so laufen dir die Teammitglieder nicht davon und das kann langfristig mit dir erfolgreich sein. Dabei ist wichtig, dass du erst einmal lernst, dich selbst zu führen. Im Nachfolgenden findest du wichtige Punkte, auf die du dabei achten musst. Mikro-Management Beim Mikro-Management verteilst du zwar Aufgaben an das Team, doch dann kontrollierst du jeden Schritt. Beim Teammitglied kommt dann die Botschaft an, dass du ihm nicht vertraust. Du gibst zwar das Ziel vor, aber auch jeden kleinen Schritt dahin. Das demotiviert engagierte Mitarbeiter und kann zu Frustration führen. Statt Kontrolle delegiere lieber, damit Teammitglieder sich einbringen und sich auch in ihren Aufgaben selbst verwirklichen können. Menschen müssen Raum für eigene Ideen haben, sonst leidet die Motivation und sie machen irgendwann nur noch Dienst nach Vorschrift. Vermeide dabei vor allem zu viele Regeln. Gute Teamplayer wissen, wie sie produktiv arbeiten. Ob sie bei der Arbeit Musik hören, Urlaubsbilder um ihren Schreibtisch haben oder lieber links als rechts herumlaufen, lasse ihnen genug Freiheit, damit sie Spaß an der Arbeit haben. Teammitgliedern nicht bei ihrer Weiterentwicklung helfen Menschen wollen sich weiterentwickeln, wachsen und besser werden in den Dingen, die sie tun. Hierzu gehört es nicht nur, ihnen Schulung, Trainings und andere Weiterbildungsmöglichkeiten zu ermöglichen, sondern auch positives Feedback und Lob auszusprechen. Und achte bei Kritik auf konstruktives Feedback. Ergänzend sind Ziele festzulegen. Die Teammitglieder sind gemäß ihren Leistungsmöglichkeiten dabei aber auch nicht zu überfordern. Und mache aus den übergeordneten Vereins- und Mannschaftszielen dabei keine Geheimwissenschaft. Lasse die Menschen deines Teams wissen, wohin der Zug geht. Unverbindlich sein Dem Team Entscheidungen, Wahrheiten oder auch Ziele zu kommunizieren, ist nicht immer einfach. Gerne hält man sich noch Optionen und Möglichkeiten durch ungenaue Formulierungen offen. Die Teammitglieder merken es, wenn um den heißen Brei herum geredet wird. Führung bedeutet auch, dass Entscheidungen getroffen werden. Spreche Klartext mit dem Team. Sei verbindlich und konsequent, damit jeder weiß, woran er ist und sich auch darauf verlassen kann. Geführt wird von vorne. Entscheidungen vermeiden In Verbindung mit dem vorigen Punkt fällt es schon mal schwer, Entscheidungen zu treffen. Man hofft darauf, dass das Bild klarer wird, man weitere wichtige Informationen erhält oder sich das Problem ganz einfach von alleine löst. Klar sollten Entscheidungen gut abgewogen werden, doch zu lange damit zu warten, ist zumeist auch nicht hilfreich. Häufig ist der größte Fehler, am Ende gar keine Entscheidung getroffen zu haben. Als Chef, Führungskraft oder Teamleader muss man auch mit dem Risiko von Fehlentscheidungen leben. Aber es gehört eben zu deinen Aber es gehört eben zu den eigenen Aufgaben, Entscheidungen zu treffen. Dies nicht zu tun frustriert und dem motiviert eben genau die engagierten Mitarbeiter oder die engagierten Mitspieler. Keine Verantwortung übernehmen Als Chef trägt man die Verantwortung. Das gehört einfach zu den Aufgaben. Dabei kann man Fehler nicht einfach immer nach unten abwälzen. Die Verantwortung für Fehler übernehmen gehört dazu. Dabei dürfen Fehler nicht einfach nur bei den Mitarbeitern und Teammitgliedern gesucht werden. Insbesondere eigene Fehler auch einzugestehen gehört mit dazu. Und vermeide es tunlichst, nur Fehler zu verlangen. Fehler zu machen ist menschlich und gehört zum Leben mit dazu. Aus Fehlern lernt man. Auch du selbst. Gerade viel zu arbeiten bedeutet auch viele Fehler zu machen. Sorge nicht dafür, dass Mitarbeiter weniger machen, um Fehler zu vermeiden. Nicht zuhören Wie immer im Leben lassen sich Missverständnisse vermeiden, indem man dem anderen zuhört. Die Führungskräfte sind üblicherweise Macher. Sie haben aktiv zu sein. Da fällt Zuhören oft schwer. Doch wenn man nicht das ganze Bild hat, fällt man Fehlentscheidung. Zuhören zu können ist wichtig. Häufig werden Aussagen viel zu schnell beurteilt. Die Meinung wird zu schnell gebildet, noch bevor zu Ende erzählt wurde. Die Gedanken an die Problemlösung setzen zu früh ein, insbesondere Männerkinders, so dass man noch gar nicht richtig zugehört hat. Wer aber nicht zuhört, trifft Fehlentscheidungen. Zudem ist richtiges Zuhören natürlich auch ein Zeichen von Respekt. Sich für was Besseres halten Klar hat die Führungskraft oder der Teamchef viel um die Ohren. Die Zeit ist häufig knapp. Es wird viel organisiert. Wichtige Entscheidungen getroffen. Natürlich ist der Chef dabei besonders wichtig. Aber glaube nicht deswegen zu meinen, dass für dich andere Regeln gelten, die für die anderen nicht gelten. Das ist alles kein Grund für Unpünktlichkeit. Zu spät zu kommen, während alle anderen pünktlich sein sollen, geht gar nicht. Oder sich, während andere das Wort haben oder etwas präsentieren, mit anderen Dingen zu beschäftigen. Dem Handy oder den E-Mails auf dem Notebook. Schon gar nicht kann es der Grund sein, sich unhöflich zu verhalten. Sich das Bitte und Danke einzusparen. Die Mitarbeiter, die Mitspieler, deine Vereinsmitglieder sind wichtig. Klar sollen Dinge in einer Organisation optimiert werden und der Chef ist dafür verantwortlich. Aber zeige Respekt und zeige ebenso, dass du die Regeln, die du einforderst, selbst auch vorlebst. Gehe stets mit gutem Beispiel voran. Unfaires und ungerechtes Verhalten Fairness sollte in der Mannschaft oder der Vereinskultur ganz oben stehen. Achte darauf, dass du nicht zu sehr mit dir selbst beschäftigt bist und dieses aus dem Auge verlierst. Bleib in der Lage, dich in Teammitglieder hinein zu versetzen und überlege, wie es sich für sie verhält. Vermeide dabei die Bevorzugung von einzelnen Spielern oder Teammitgliedern. Verletze sie nicht mit Worten oder Verhalten und behandle sie gleich. So wird Frust vermieden und die Motivation deiner Mitmenschen wird nicht torpediert. Sich erst dann melden, wenn etwas nicht läuft. Zeige dich auch im Vorstand, im Vereinsheim oder dem Verein, wenn alles läuft. Zeige dein Interesse für die Mitglieder und verstecke dich nicht in deinem Büro. Geht es den Leuten gut? Und womit beschäftigen sie sich? Lasse dich bei ihnen blicken, nicht erst, wenn etwas nicht stimmt. Nicht zu seinem Wort stehen. Wenn etwas versprochen wurde, muss es auch gehalten werden. Bei den großen Dingen, wie aber insbesondere auch bei den kleinen. Nur das erzeugt Vertrauen. Vertrauen kann nur aufgebaut werden, wenn man zu dem steht, was man sagt und was man verspricht. Sei glaubwürdig, konsequent und stehe zu deinen Aussagen. Nicht auf das Team achten. In Summe ist es enorm wichtig, Mitarbeiter und Teamkollegen nicht zu über, aber auch nicht zu unterfordern. Das richtige Maß macht es da. Dabei darfst du nicht nur auf Fakten, Zahlen und Daten achten. Sprich mit ihm. Mache dir das ganze Bild. Versetze dich in sie herein und zeige Wertschätzung. Das Team zu führen, heißt nicht nur das Sagen zu haben, sondern eben auch die Verantwortung zu übernehmen. Für dich selbst und für das Team. Ja, Führung auf den Punkt gebracht. Zum Schluss noch eine kleine Empfehlung, wenn ihr das Ganze weiter vertiefen möchtet. Sei es für den Vereinsvorstand und die ehrenamtliche Arbeit oder eben auch in deiner Berufstätigkeit. Bernd Gerob bringt das Thema Führung auf den Punkt. Von Unternehmensführung bis Mitarbeiterführung gibt es bei ihm alles Wissenswerte. Und zwar in seinem Podcast. Der nennt sich Führung auf den Punkt gebracht. Wenn ihr euch also weiter mit Führung beschäftigen wollt, schaut da doch mal rein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und er selbst hat auch ein Buch geschrieben, ist die Katze aus dem Haus. So arbeiten ihre Mitarbeiter eigenverantwortlich und selbstständig. Sein Ziel ist es, Führungskräfte zu überzeugen, dass Mitarbeiter auch ohne ständige Kontrolle gute Ergebnisse bringen. Der Link zu dem Buch und auch noch zu einem weiteren Buch ist in den Shownotes vermerkt. Natürlich den findet ihr dort. Und wie auch immer zu dieser Podcast Folge gibt es auch einen Artikel im vereinsmeyer.online-Blog. Und da findest du ebenfalls die Buchlinks. Schön, dass du dabei warst. Bye, bye. Vielen Dank, dass du den vereinsmeyer.online-Podcast gehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse doch eine Fünf-Sterne-Bewertung oder markiere vereinsmeyer.online bei Facebook, Twitter, Instagram oder Steemit mit einem Gefällt mir. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und höre gern wieder rein, wenn es darum geht, in und mit deinem Verein erfolgreich zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.